Da haben sie einen Stuhl hingestellt und zu dir hat man gesagt, du sollst Platz nehmen. Und dann hast du Platz genommen, erwartungsvoll was passiert. Dann haben sie dir plötzlich Fragen gestellt. Warum hast du das getan? Was hast du dir dabei gedacht? Hättest du es nicht anders tun können? Du hältst die Luft an, suchst Antworten zu finden. Warum habe ich das getan? Versuchst dich dafür zu entschuldigen. Was habe ich mir dabei gedacht? Na ja, versuch mich irgendwie zu rechtfertigen. Hätte ich es nicht auch anders tun können? Na ja, ich suche krampfhaft nach einer Begründung. Dann hältst du inne. Das war's. Ich suche krampf.